Und da sind wir wieder zurück bei Prison Architekte und gucken uns mal an, was unsere Köche so machen. Wo ist mein Mausteiger? Da ist er. Oh, das war aber ein schneller. Hallöchen. So, gibt hier, was ist das? Essensreste auf dem Boden. Sagt mal, was seid ihr denn für Schlampen? Und wo ist der vierte Koch? Warum ist hier so pekig? Also, ganz ehrlich, ich als alter Küchenprofi kann das nicht ab. Schon wieder Essensreste. Naja, ist egal. Wird schon. Oh, eine Notebookseite. Ich habe keine Ahnung, was da draufsteht. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier unten, genau. Okay, also ihr seht, der Laden wird schon besser. Und jetzt können wir nämlich hier unten den Einsatz von Personal machen. Und zwar brauchen wir... Ja, ich weiß, hier gibt es keinen Zutritt. Und das wird alles noch schön, Rechner. Alles wird Jod. So, und zwar müssen wir zur Hauptarbeitszeit hier mindestens einen rein, hier einen rein, da einen rein. Ne? So machen wir das. Und... Ich würde gerne eine Hundepatrouille hier drin laufen haben. So, lassen wir Töle mal laufen, ne? Sehr gut. Das haben wir. Auch zur richtigen Zeit. Alles Jod. Da sind zwei Hunde. Ja, weiß ich nicht. Komm, einer reicht. Jetzt übertreiben wir aber nicht hier. Die haben es ja nicht so weit, ne? Postraum ist super. Da müssen wir aber noch Leute einsetzen. Logistik ist das, glaube ich. Also hier dürfen maximal sieben arbeiten. Hier dürfen maximal zwei arbeiten. Hier dürfen maximal zwei arbeiten. Den belegen wir noch nicht, weil ich bin mit dem Putzmittelraum noch nicht so ganz d'accord. So. Da ich hier hintereinander weg aufnehme, kann ich euch natürlich noch nicht sagen, ob wir hier eine Lösung für gefunden haben. Für das Problem der Unsicherheit. Aber wir werden. Ja, komm, wir schaffen das schon. So. Jetzt müssen wir irgendwie Büros und so weiter hier reinklatschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, das war... Ach, ja, 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 ja. Hier ist Gefängnis. Gefängnis. Ach so, ich habe das Ding so riesig gebaut. Ja, natürlich. Aber wenn ich hier auch nochmal so ein Ding hinbaue, so ein Trakt. Wollen wir das hier noch verwenden? Nee, oder? Nee. Nee. Wir müssen das irgendwie hier unterbringen. Wir können die Rezeption ja taktisch verkleinern und da ein Büro hin und hier unten ein Büro hin. Da machen wir Psychiater rein oder irgendwie sowas. Wir brauchen ja nicht so eine Riesenrezeption. Aber das hier alles aufzuheben, ist natürlich nicht ganz so einfach. Und im laufenden Betrieb finde ich das ganz, ganz schwierig. Ich würde allerdings tatsächlich gerne hier etwa sowas wie Wäscherei und Krankenstationen, die würde ich hier tatsächlich gerne vergrößern. Was ist denn, wenn ich diese Büros hier hier hinten hinlege? Das war also den Part hier gar nicht... Können wir das denn... Schaffen wir das? Das wäre nur eine Gefängniszellenreihe, ne? Das ist jetzt der Forstbetrieb. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich hier einfach, äh... Äh... Ne? Wisst ihr? Ich weiß, ich verstehe mich selber nicht. Aber hier, das... Also hier, ne? Das lassen wir jetzt in Ruhe wachsen. Und hier kommen dann die Büros hin. Das ist dann auch schön. Ja. Genau so machen wir das. Weil hier was wegnehmen ist blöd. Wir können uns ja auch weiter vergrößern. Das ist ja nicht das Problem. Wir müssen halt irgendwie für Geld sorgen. Ich weiß ja auch nicht, warum wir gerade weniger, so viel weniger haben. Aber... Äh... Ja. So. Okay. Ähm. Das läuft. Das läuft. Böden, hatte ich gesagt, machen wir mal, wenn wir über zu viel Geld... Äh... 100 Insassen und Kontostand mindestens 60.000. Da sind wir gerade ein bisschen weit von entfernt. Ansonsten... Vier Häftlinge bereit für Bewährung. Bewährungsanhörungen haben wir aber. Ja, dann scheitert es nicht. Wir können mal in die Berichte gucken. Und, äh... Staatszuschuss von 50. Kann ich den irgendwie zurückzahlen? Oder... Finanzen. Wächtergehälter. Ja, ich weiß. Es schwingt immer noch mit. Ich habe zu viel Wachen. Aber ich... Ne? Ja. Ja. Das könnten aber auch Teile von denen sein. Die brauchen wir gleich noch. Okay, wir gucken mal rein. Ähm... Hygiene und Sicherheit ist gerade uninteressant. Will nämlich keiner haben. Weg damit. Äh... Vier sind interessiert, qualifiziert. Einer interessiert. Okay, da sind wir auch bei. Zwei in Warteschlange. Okay, das lassen wir laufen. Pharmakologische Behandlung ist gerade keiner. Nehmen wir raus. Taser-Ausbildung für Wachen. Nehmen wir raus. Brauchen wir auch nicht. Bewährungsanhörung. Drei in Warteschlange. Wir haben zwei Stück. Das Interesse... Das reicht. Einführung Sicherheit in die Werkstatt. Ist einer interessiert. Dann starten wir den Kurs auch. Und ansonsten haben wir hier aktuell geistige Führung. Ja, die können wir jetzt wieder einschalten. Moment. Und gucken mal. Stimmt. Äh, nein. Ähm... Äh... Ja. Jetzt müssen wir wieder nach unten, weil die geistige Führung ist ganz unten. Und... So, jetzt müsste es aber funktionieren, oder? Wo ist sie? Geistige Führung. Wo seid ihr? Da. Guckt mal. Ja, perfekt. Dann könnt ihr auch geistige Führung machen. Ist immer noch unsicher. Ich weiß. Ich weiß aber auch nicht, warum. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Dann machen wir als allererstes mal Wände weg. Äh... Das war hier. Wände abreißen. Wir reißen mal diese Wände hier ein. So. Im Putzmittelbereich arbeitet ja gerade keiner. Dann ist das auch nicht so tragisch. So. Der macht schön sauber. Die beten gerade. Kumbaya, mein Lord. Kann man eigentlich mal machen, oder? Warte mal. Kumbaya, mein Lord. Kumbaya. Kumbaya. Was? Hier wird schön gearbeitet. Komm, gucken wir uns das mal an. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Ach, herrlich. Du sollst arbeiten, du fauler Sack. Hier, mach ein Bett. Jetzt ist es gerade speichern. Lampe. Also, Häftling. Fetter Fuß. Der macht wenigstens was. Der Hund schnüffelt sich den Wolf. Das ist auch gut. Hier ist wieder was gefunden worden. Ist gerade wer in Einzelhaft? Nein. Hier ist wieder was gefunden worden. Bei der Zellendurchsuchung. Oh, Junge, 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 Junge. Da hat aber einer Kerbholz, wa? Was ist denn mit dir, du? Kein Ruf? Oh Mann, wo war das denn jetzt? Da. Uh, 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 uh. Haben wir hier einen Ausbruch? Wir machen mal eine Toiletteninspektion. Komm, sicher ist sicher. War in den letzten Tagen schön ruhig. Dann können sie sich wieder aufregen und beschweren. Uh, du durchsuchst uns böswillig. In der Einzelhaft ist gerade keiner. So, 20 Uhr. Was habt ihr jetzt gerade auf dem Plan? Läuft. Wie sehen denn eure Bedürfnisse aus? Die habe ich mir auch schon sehr lange nicht mehr angeguckt. Spiritualität. Ja, aber das dürfte sich doch jetzt so langsam erledigen, oder? Schlaf kommt jetzt. Warte mal, wir machen einfach mal ein bisschen schneller. Heute machen wir mal eine ganz gemütliche Runde. Im Hintergrund rendert nämlich gerade die Folge, die sozusagen vor zwei Tagen auch rauskommen sollte. Ich nehme wieder mitten in der Nacht auf. Es ist gerade 6.27 Uhr. Ich muss gleich arbeiten. Und damit das dann noch pünktlich was wird, muss ich vor der Arbeit nochmal eben. Ja, das mache ich. Ich stehe absichtlich früh auf. Ich. Ich, der sozusagen gekreuzt wurde mit einem Murmeltier, weißt du? Nur damit hier die Let's Plays pünktlich rauskommen. Oh Mann. Das könnt ihr ruhig mal mit einem Daumen nach oben honorieren. Los, lass einen Daumen nach oben da. So, hier ist Schlaf angesagt. Ja, und während die schlafen, müssen die kacken. Ja, das ist, äh, weil die so viel gefressen haben. Weil wir so ein tolles Essen haben. Haben wir übrigens das Essen noch auf, äh, wo ist denn das? Äh, Essen, Zuschüsse, Regeln? Ne, ist Mittel. Alles gut. So, sind noch ein paar am Pennen. Das ist okay. Jetzt geht Schlafen wieder hoch. Äh, ja, das macht Sinn. Ja, dann turnt hier nicht rum, sondern geht in den Pofi, ihr Pfeifen. Was seid ihr denn für Krepel? Viel schlimmer ist, wenn die umziehen müssen. Jetzt wird hier wieder gemeckert. Äh, vier Häftlinge sind wütend, weil dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Ja, das ist, äh, du hast doch Freizeit ohne Ende. Dann geh doch einfach mal aufs Klo oder duschen oder so. Außerdem ist gleich Duschzeit. Hier hat sie ja auch nichts ergeben, ne? Ich glaube, wir machen mal bald wieder eine Razzia. So, also Schlaf wird nicht besser. 21 Häftlinge sind wegen dieses Bedürfnisses besorgt. Sind sie selber schuld? Jetzt können sie duschen gehen. Jetzt kann hier wieder richtig. Und ihr seht, jawohl. Sehr gut. Die, die jetzt nicht duschen waren, zwölf Häftlinge, sieben, sechs, fünf, sind letztlich selber schuld. Jetzt wird Happer gemacht, wobei die eigentlich satt sind. Also das müsste ja auch wahnsinnig nach unten gehen. Ein einziger ist noch besorgt. Keiner mehr besorgt. Alles grün. Sehr gut. So. Essen. Ja, die sind alle satt. Lassen alles auf dem Teller liegen. Ist nicht schön. Was haben wir jetzt? Arbeit. Und Spiritualität. Und wo haben wir sie? Wo war sie nochmal? Hier unten. Und ihr seht, schön. Drei warten verzweifelt darauf, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Ja, keine Ahnung. Also, geht doch hin. Ich weiß nicht, wie das mit der Arbeitsverteilung ist, aber ihr könnt das ja aussuchen, ob ihr arbeiten geht oder... Verstehst du, ne? Aha. Hahaha. Giftspritze gefunden. Ja, also insgesamt sieht es ganz gut aus. Hier sowas wie Darmentleerung, Blaseentleerung. Aber jetzt ist Arbeit Freizeit. Das heißt, wer jetzt nicht in der Kirche war, kann kacken gehen. Kann also nicht das Problem sein. Training. Ja gut, okay. Es sind weniger Trainingsgeräte. Aber wenn ich euch umziehen lasse, ist ja alles gut. Dann wird das doch super. Wir verdienen ein bisschen Geld. Das geht nach oben. Gut. Sehr gut. Ja, die nächsten 20.000 warten. Bauen Sie einen Überwachungsmonitor. Genau, wir müssen ja auch noch den Sicherheitsbereich größer machen. Also ihr seht, es wird eng. Es wird wirklich eng. Was ist mit Erholung? Jetzt ist Freizeit. Jetzt müsste doch eigentlich das Thema Erholung runtergehen, oder? Was ich übrigens gesehen habe, ist... Wo war das denn? Bei Marius? Der spielt ja auch gerade die Kampagne. Da stand eine Dusche in der... Nein, da stand eine Dusche in der Bank, ne? Ne, da war eine Bank in der Dusche. Die passt natürlich in meine Mini-Duschen hier nicht so richtig rein. So will ich das auch nicht haben. Ne, ich stelle keine Dusche in die Bank. Keine Bank in die Dusche. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Hier oben kann man nochmal eine Bank hinsetzen. Aber ich habe noch nicht gesehen, hat das hier irgendwelche Bewandtnis gehabt? Sitzt hier irgendeiner? Jetzt ist wieder Essenszeit angesagt. Also insgesamt geht es denen gut, nur das Problem der Erholung. Indem sie Gemeinschaftsbereiche ihres Gefängnissobjekte wie Fernsehradios zur Unterhaltung aufstellen. Ja, also Gemeinschaftsräume sind da. Aber... Wollen nicht. So, jetzt haben sie nochmal Freizeit. Jetzt können sie nochmal was machen. Ihr seht auch, hier ist alles J. Es geht aber keiner. Hier oben doch einer. Einer ist im Gemeinschaftsbereich. Hier laufen welche rum, hier wird ein bisschen Fernseher geguckt. Aber... So richtig, richtig, richtig... Sind noch zwei Häftlinge, weil dieses... Einer. Immer noch einer. Ja, keine Ahnung. Also die roten Punkte hier müssten eigentlich nicht sein. Aber insgesamt, finde ich, sind wir sehr, sehr gut auf grünem Kurs. Das macht doch einen guten, schlanken Fuß. Und wir können nochmal eben Einlieferungen... Das sind sechs und sechs wären zwölf Häftlinge. Könnten wir reinlassen. Richtig gezählt, ja. Wir werden auch irgendwann hier unten den Pader öffnen. Keine Sorge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil da muss das hier alles und so, ne. Also ihr wisst ja. Ja. Ich will ja auch die Bäume noch wachsen lassen. Und dann will ich erst das hier umziehen lassen. Wir lassen uns einfach wie immer ein bisschen Zeit. Wir verdienen Geld. Das ist gut. Und so machen wir mal ein bisschen hier Lagerromantik. Und gucken mal, was so reinkommt. An bösen Buben. Ach schön. Machen wir mal schnell Razzia. Oh Razzia. Ach guck. Hat einer geschafft, eine Bohrmaschine hier durchzuschleppen. Ist klar. Und ein Handy. Mann, 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 Mann. So, und jetzt jeder mal 70 Wachen ist nicht so viel. Man will ja auch mal irgendwann fertig werden. Was hier an Handys gefunden. Wie sind die alle hier reingekommen? Über den Besucherraum oder hier durchgeworfen worden? Ja, ein bisschen Gift. Warum auch nicht? So. Nach zwei Stunden knappe. Dann kommen die neuen Häftlinge. Dann gehen wir auch von der Geschwindigkeit runter. Was ist los? Was habt ihr? 55 wurde grundlos durchsucht. Und deswegen dreht ihr am Rad. Wir gucken nochmal in den Bedürfnissen. Wo sind sie? Da. Wo ist denn das Problem? Nahrung habt ihr. Ist alles grün. Es wäre schön, wenn das immer hier unten wäre. Dass ich immer hier oben sehen kann, was wir gerade machen. So, Einlieferung stoppen wir. Weil jetzt kommt der Gefängnisbus. Da kommen die Angehörigen. Warum geht das nach oben? Wegen dem bisschen hier? Drei Häftlinge fühlen sich unterdrückt. Beschwerde. Abschreckung. Eine Strafe wurden kürzlich verhängt. Also, ja. Aber Bedürfnis. Privatsphäre habt ihr. Wärme habt ihr. Umwelt ist alles in Ordnung. Das Übliche. Ja, okay. Wir haben ein bisschen wenig geschlafen. Kleidungsproblematik. Muss die Wäscherei größer sein? Ich meine, muss sie auf jeden Fall. Weil wenn der Trakt noch dazukommt, brauchen wir auf jeden Fall eine größere Wäscherei. Aber die wird auch wieder längs. Also, die können wir jetzt als nächstes, glaube ich, mal vergrößern. Wobei wir das nicht mehr in dieser Folge machen. Wir gucken nochmal eben ganz schnell hier in die Gefangenen. Ist da irgendwas bei? Charakter. Einzelhaft nicht unterdrückt. Hey. Mach doch nicht zu. Da steht nix. Da steht nix. Da steht nix. Da steht auch nischt. Und hier sowieso nicht. So. Also, ich glaube, wir haben tatsächlich hier... Ne. Wir haben tatsächlich, glaube ich, keine Probleme mit irgendwelchen Ex-Polizisten oder Sicherheitsbeamten, die hier Angst haben müssten, erschossen zu werden oder so. Irgendwie finden wir nie einen. Vielleicht müssen wir auch irgendwas freischalten. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel aktuell sagt, nee, das gibt es in der Kampagne nicht. Keine Ahnung. Wir sind ja eben noch in der Kampagne. So. Dann lassen wir das nächste. Heute können wir ranfahren. Bup. Und gucken mal. Hier ist eine schwere Körperverletzung. 36. Mordversuch. Angriff auf einen Polizisten. Dann wird er wahrscheinlich nicht Polizist sein. Dann machen wir an der Stelle mal Schluss und gehen in zwei Tagen. Machen wir einfach mal weiter bei der Einlieferung. Genau. Wir haben ja wieder fast 20 Minuten. Mein Gott. Das dauert ja hier. Mache ich kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns in zwei Tagen wieder zu einer neuen Folge Prison Architect. Und in der Zwischenzeit gerne auch zu vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Also bis dahin. Ciao, ciao.